Oh, ich hab vergessen, das Haus dahin zu bauen, Alter. Ich bin halt so dumm. Ich glaube, allgemein sollten wir auch erstmal für mich dieses Ding, den Doppeljump, auch mal finden. Ja, ich finde so viele Truhen hier, aber ich finde halt kein Doppeljump. Leute, ich habe kein Leben mehr zum Bauen. Ist denn hier noch Dreck oder Stein oder so? Leute, mein Inventar ist ja voll. Kann ich hier eine Truhe hinpacken? Nein, kann ich nicht. Doch, ich habe eine. Nice. Ich habe einfach neun Sterne. Nice. Geht das mit Granaten auf, Flo? Weißt du das? Und das Ding ist, auch meine Rüstung ist auch richtig schlecht. Äh, Granaten? Nein. Oder? Doch, kein Nein. Das weiß ich nicht. Ich habe noch einmal Dynamit. Um die Teile, um das Scheißteil ab, diese Wand abbauen zu können, brauchen wir, diese Scheiß... Schattenschuppen? Damit stelle ich doch Dings her, ne? Was ist? Die Schattenschuppen brauche ich doch, um die Sachen herzustellen, ne? Ja. Ich habe eine. Leute, woher das denn? Ich weiß es nicht. Wie viel brauchen wir, um die Spitzsacke herzustellen, Flo? Sechs. Scheiße. Schattenschuppen, oder? Ich bin wieder auf dem Weg, André. Wir brauchen... Was für, warte, was für eine Spitzsacke brauchen wir, um die Bälle zu zerstören? Ähm, um die Steine abzubauen, brauchen wir die Nightmare. Ist das jetzt deren Ernst? Ja. Kriegen wir diese Bällchen nicht noch irgendwie anders? Ich will das, gell? Also die, die Schuppen. Kriegen wir die Schuppen noch irgendwie anders? Schuppen. 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 Mehr nicht. Hier ist noch eine Höhle gewesen. Da war ich schon drin. Also ganz tief unten noch nicht, aber in den Jungle in Höhlen, André. Bist du so am Arsch, wenn du keine gute Rüstung oder so hast? Das war ja richtig. Ich war richtig am Arsch. Ja. Ich hab ja keine gute Rüstung. Ja, deswegen geh da nicht rein. Aber irgendwas muss ich doch machen, oder nicht? Ja, wir können hier hinten rechts erstmal weiter Bällchen suchen. Und diesmal nicht vergessen, Haus zu bauen. Maxi. Mach das nicht, das ist dumm. Alter. 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 Gott, wird das Montur den ganzen Meteoriten abzubauen, ey. Ja, ist so anstrengend. Und so lange spawnen auch diese scheiß Meteoritenköpfe, ey. Ach ja, bist du in einer bestimmten Anzahl, ne? Ja, bis ich eine bestimmte Anzahl von Meteoriten abgebaut habe. Ja, genau. Diese Fliegefischern helfen mich richtig, Bald, Alter. Hi! Hi. Und jetzt? Nochmal ohne. Hey, wieso will ich denn tot hier halt einfach? Ja, weil ich fläger mal aus. Ja, die Fledermäuse sind richtig ätzend, weil die siehst du halt so gut wie gar nicht, ey. Äh, noch einmal. Ich steppe auf dem Weg dann die Limmelrunden und heule rum. Dann weine ich. Das ist ein Spawnpoint halt hier beim Bett. Halt Instant ins Haus laufen und, äh, Dings setzen. Ich bin ja Instant einfach gestorben wegen nix. Nein, da war ne Fledermaus. Wieso ist da ne Fledermaus? Weiß ich nicht. So, bitte lass es mit Granaten funktionieren, bitte. Nein! Funktioniert nicht. Nein. Dann lass doch, ähm, den, ähm, wer heißt der, ähm, unsere Basis weiter. Vielleicht kommt dann auch der, dieser Demolisten-Typi, von wo wir die Bomben Dynamit kaufen können. Ja, das mach ich gleich. Ich lauf hier noch einmal bis ins Ende der Welt oder guck noch mal nach Thron, damit André diese Bordel haben können. Ich klaue nur ne Bordel. Diese Fledermaus, die sacken mich so ab, Balls, ne? Ja, die sacken echt. Die sind übel, ätzend, Alter. Geh mir auch richtig auf den Sack. Mann! Slime! Was willst du denn bitte im Corrupted Gebiet, Mann? Willst du nicht mal... Geh krepieren, ey. Dreckige Fledermaus, jetzt ist ja auch noch ne... Mann, verpisst euch doch alle von mir. Oh, das sind so nervige Viecher, ne? Digga! Gott! Hei, 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 hei! Es irgendwie hab ich das Gefühl, wir spielen hier auf Ultrahaften. Maxi! Ich weiß, warum mit dem Schleim bei dir in der Corrupted Pochen war. Ja, ich sehe es gerade. Es ist so ein Schleim vom Himmel. Mann, lass mich hier noch einfach durch das Corrupted Gebiet kommen! Ich renne noch ein bisschen weiter rechts, du musst da aufpassen, da sind so viele nervige Viecher. Ja, dann gehe ich einmal zurück, ja. Ja, für Macht. Ich will eben noch gucken, was hier am Ende der Welt ist, dann leer ich schnell die Truhe vom Wasser. Scheiße. Okay. Gott, warum muss jetzt unbedingt noch so ein Scheiß-Event kommen? Vorher, wo André und ich hier waren, erstmal schön Scheiß-Lutwund und jetzt ist dieser Scheiß-Sleim-Regen, während ich den Meteoriten abbauen möchte. Aber das ist halt auch irgendwie witzig. Äh, mein Regenschirm, mein Ding ist kaputt, ist weg. Mein Regenschirm ist kaputt? Das ist weg, den haben wir nicht mehr. Lol. Hast du ihn vielleicht aus, dass du ihn weggeschmissen oder so? Oh, hier ist eine Wüste, oh ne. Pyramide! Geh rein, Maxi, da kann was Gutes drin sein. Was mach ich wohl gerade? Ah! Ja, klar. Gangbang, Gangbang! Weißt du? Ich mach ein kleines Loch, was so halt diese 2x2 breit ist, ne, deine Charaktergröße, und genau da fällt ein Slime rein. Das ist nicht so witzig. Ich auch. Darf ich eigentlich einmal so ein Mana-Ding benutzen oder nicht? Ja, mittlerweile kannst du's, ich hab ganz gut Mana. Okay, ich kann den Bund auch nicht mehr öffnen. Okay. Ah, das ist wegen dem scheiß Download hier, Alter. Ich kann den Download doch nicht, während du zockst. Ey, vor allem, ich kann ihn nicht mehr unterbrechen. Ich hab'n Erschipment erreicht. Oh! Erstmal ein bisschen sicher vor den Slime zu. Weißt du was? Wenn ich mir nicht auf die Nerven gehen, baue ich mich erstmal jetzt hier ein. Ja, hab ich auch gerade gemacht, ey. Alter, er ist auch ein cooles Event, finde ich. Kann doch gut Glitter formen. Ja, eben. Sandsturm in der Flasche, André. Das bedeutet? Du hast einen Doppelsprung. Aber du kriegst Cloud in der Bottle. Ich will den, ich will den Sandsturm. Aber du kannst jetzt einen Doppelsprung machen. Du kannst jetzt einen Doppelsprung machen, Alter. Endlich kannst du den Doppelsprung machen. Ich will dafür entscheiden, warum kriegen Schleime keinen Schaden vom Meteoriten? Das ist Schleim. Allein, dass die irgendwie auch Schaden bekommen können. Ein bisschen. Verwunderlich. Alter, wie geht's dir denn runter? Ich hab keinen Fucken mehr. Aber ich hab ja genug Schleim! Ich hab ne Pflanze, die ist in die Gelb. Der Name. Okay. Der Name von der Pflanze ist Gelb? Ja. Das ist ne seltsame Pflanze. Block. Ja? 15 Gold. Läuft. Es gibt manchmal, André, so ne Gold-Spawn. Also so Wurmlöcher mit Gold. Ich kenn ihn, ich hab auch schon mal 15 Gold bekommen. Okay. Hab ich, ja gut. Okay. Voll geil. Äh, ja, lass die Pflanze mal einfach irgendwo. Gucken wir das mal an. Lass die Pflanze Pflanze sein. Genau. Okay. Weißt du, ich bin den ganzen Weg zur Pyramide runtergelaufen. Nur um dieses Gold-Ding zu finden. Hat es aufgehört? Nein, hat nicht. Du weißt gar nicht. Stimmt, erstmal jetzt das Bett aktivieren hier. Ja. 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 Ich kille gerade den Dings hier. Den hundertsten Schleim, äh, grünen Schleimbesieg. Weiß. Kannst halt soo gut glibber fahren, alter. Ja. Ja. Da hast du dich killig gefühlt. 99 blaue Schleime und du killst den letzten. Haha. Ja, ne, Slime-Regenwoche aufhören. Ich hab hier grad so Riesenbäume, wo ich schön viel... Schleimkönig? Ja, ja. Er ist ein Boss. Loll, er ist bei mir! Nicht dein Ernst! Und Blutmut! Haha. Gegeh, Maxi. Haha. Du scheiße. Ach. 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 Was denn? Warum ist denn die Tür da auf? Kommen! Nee, 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 nee! Kommen! Ich glaube, jetzt können die Türen öffnen. Die musst du von ihm karrieren. Ich will nicht mehr leben! Haha. 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 Was ist denn hier? Haha. Genau das. Was ist denn da bei mir? Was ist denn da bei mir? Was ist denn da bei mir? Was ist denn da bei mir, bitte? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Genau so ging es mir auch gerade, André. Genau so. Junge, pisst. Ich sagte, pisst. Jetzt weiß es mir. Bam. 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 Ins Gesicht. Ah. Bam. Ins Gesicht. Deine Mutter. Die werde ich gefahren. Vergewaltigen. Wuhuuu. Nein, 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 nein. Ich lebe noch. Headshot. Headshot. Kidding speed. Er ist immer ausgespoot. Ich habe ihn zur Hälfte down gebumst, Digga. Mach was draus. Wir müssen sie vergewaltigen. Warum muss das denn dann kommen, wenn auch Blutmond ist? Falls es geil ist. Ah. Ah. Oh nein. Das ist... Scheine Mutter ist geil. Oh Gott. Can I stop you guys? Was ist... Oh. Salz in der Möse. Ist er bei dir gespawnt? Ja. Geil. Aber ich habe ihn gleich tot. Gut, ich bin tot. Bei mir habe ich gerade das übelste Glück, dass hier so viele Splimes sind, dass keine anderen Viecher spawnen. Ich habe ihn. Schleimkönig wurde besiegt. Huuu. Hast du was gedroppt bekommen? Ja, ich habe mir gerade nur reingepackt. Schleim... Es fallen keine Schleims mehr von dem Himmel. Habe ich gerne gemacht, Leute. Ey, ich habe auch nun... Ich habe auch schon fast meine ganze Muni von Dings weggeballert, ne? Ich kann sie nicht arbeiten. Ach. Was? Ja. Ah! Träff mich mal eben, ich muss mal se Augen hier. Mark, die baut dich ein. Die kn da ich nicht treffen, wenn du sie eingebaut wirst. Liebe. Einbauenisse Pussis! Ah, ciao. Ein knife... Ein little bit of system, Maxi. Nur ein kleines bisschen, bitte. Kann grad nicht. So einmal ein Hit zu werden heißt. Nachdem ich hier alles in die Kisten reingepackt hab, dann helf ich dir. Oh Gott, 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 oh Gott! Ich hoffe, die killen nicht. Ich bin eingebaut, ich kann nicht gekillt werden. Digga, jetzt mach doch mal was! Ja, ich helf dir doch gleich! Lass mich doch erstmal diese verfickten Scheiß-Sachen einsortieren. Vor allem, dass wir das alles... Oh nein, 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 ich bin weg, ich bin weg. Oder ist dein Headshot? Oh, Meteorit ist gelandet. Du bist nicht mehr einfertig, Alter! So! Ey, ich kann so echt nicht arbeiten, ne? Andre? Ja? Ich hab schon 250 Zombies getötet. Ey. Nice. Dein erst Brautkleid! Ey, jetzt wird's bemerkt! Ich muss wieder nach rechts! Was? Was liegen 10 Gold irgendwo rauf? Ich hab kein Bock drauf hier. Einmal nur voll, Alter. Ja, das wollte ich gerade erstmal aussortieren. Und mal schnell ist da. Ah! Ganz schnell! Na ganz rechts! Ganz schnell! ach komm alter warum ist das denn so dunkel alter musketenkugel ich hab ne neue waffe leute kann man die gamma höher stellen maxi ja okay kommst du mal zu mir wo bist du dein ernst andré ich will ihn nicht gestört wird das ist die tür flo was die tür flo ja ja und was war das denn ja andré komplette silberrüstung was komplette silberrüstung ach so danke wer mein bogen ich brauch den nicht mehr welchen bogen hast du denn ach holzbogen brauch ich ja gar nicht auch mal in die kiste bitte